Ich bin Andrea Beste vom Büro für Bodenschutz und ökologische Agrarkultur und mache Beratung zu nachhaltiger Landwirtschaft und Bodenschutz international und EU-weit und mache Beratung zur Agrarpolitik. Ich wünsche mir eine Landwirtschaft, in der die Wünsche der Verbraucher ernst genommen werden, in der die Ressourcen geschützt werden, in der die Tiere, die gehaltenen Tiere sich wohlfühlen und in der Bauern vernünftig verdienen können.